Musik Sie unterstützen hier Ihre Frau beim Schnäppchenkauf. Was hat sie sich denn ausgesucht? Bisher einige Blusen und zwei, drei Teile für meine Tochter. Und erfordert das ein wenig Geduld mit der Frau hier über den Sommerschlussverkaufsmarkt zu laufen? Ich glaube, meine Frau macht es mir einfach. Die ist selber ein bisschen schnell hier unterwegs, aber es macht Spaß. Und du? Bist du schon dabei, dich zu langweilen? Ah, nee. Und findest du das schick, was sich deine Mama da ausgesucht hat? Hättest du es auch gewählt, wenn es eine Nummer, ein paar Nummern kleiner wäre? Gut, dann danke ich Ihnen und wünsche noch viel Spaß beim Weitershoppen. Musik Wir haben heute sehr, sehr viele Besucher. Ungewöhnlich, weil wir immer gedacht haben, heute ist ja Ferien und es kommt keiner als AIZ. Aber anscheinend stürmen sie uns. Und kann man schon sagen, was besonders nachgefragt ist an Schnäppchen dieses Jahr bei Ihnen hier? Bei uns ist nach wie vor Sommerware, weil wir ja noch keinen Sommer hatten. Und durch die letzten zwei heißen Tage ist nur noch Sommerware gefragt. Egal ob Kleider, Tops. Durch die Bank. Alles. Musik Auf Schnäppchenjagd sind wir beide. Wir sind lange nicht shoppen gewesen und sind heute zusammen mal wieder einkaufen gewesen. Also egal ob Kleid oder Top. Gibt es denn eine besondere Farbe, die Sie bevorzugt? Ich bevorzuge Sommerfarben, also irgendwie ein rosa oder ein pink oder einfach sommerlich. Und haben Sie beiden denn schon was ergattern können? Ja, wir haben schon einige Tüten dabei, also wir waren schon erfolgreich. Die Taschen sind voll. Man guckt automatisch. Auch wenn man eigentlich gar nicht drauf vorbereitet ist, eigentlich auch keine Schuhe braucht. Man guckt. Aber die zwei Schuhe, die mussten es noch sein. Ja, die waren richtig und die wurden mir beinahe unter der Hand weggegriffen. Auch das ist interessant. Das kenne ich sonst so nicht. Also nicht hier. Das kenne ich sonst so nicht. Bis zum nächsten Mal.